Hallo und herzlich willkommen hier mit meinem neuen German Reviews, heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Horizon Zero Dawn und ich soll mich nach Meridian bewegen, begeben. Alter. Ich glaube ja immer noch, dass Odin mit unter einer Decke steckt mit denen. Ganz ehrlich, irgendwie glaube ich da immer noch dran. Da werde ich glaube ich auch nicht von abfallen, bis irgendwas anderes... Alter, sieht das geil aus. Alter, Verwalter, sieht das geil aus. Okay, was habe ich hier? Ah, ein Stein. Okay, interessant. Dieser Flugdrache sah ja mega geil aus. Der ist ja gerade irgendwo da rechts rumgeflogen. Warte, hier. Da. Alter. Boah, voll cool. Ohne Scheiß. So, und hier sind noch höchstwahrscheinlich sehr, sehr... Begebe ich zur Jagdprüfung. Welche Jagdprüfung? Achso, ne. Jagdprüfung habe ich keinen Nuss drauf. Aber voll cool. Da hinten haben wir noch so einen Drachen, beziehungsweise noch so einen Viech. Was haben wir denn da unten? Sägezahn? Ne, das ist kein Sägezahn. Alter, wie cool ist das? Da haben wir auch noch Leute. Boah. Was ist denn das? Ein Trampler. Schwäche Rüstung ist gebrochen. Der hat sechs... Äh, der Dings dabei. Sechs Luhnen. So, speichert mein Tier. Mega cool. So, hast du irgendwie einen anderen Stuff für mich? Den andere noch nicht hatten? Ja, hast du. Alter, den will ich haben. Wächterherz. Den kann ich mir kaufen. Oh, mega geil. Sehr selten ausrüsten. Und einmal für den hier. Oh, jetzt habe ich mir gerade einen neuen Scharfschutzbogen gekauft. Oh, nö. Aber der kann nichts Besonderes, glaube ich, oder? Wow. Okay, cool. Der kann also nichts Besonderes. Der ist halt einfach ultra cool. Ultra geil. Und ultra nice. Outfits haben wir hier auch noch andere. Glow-Metallscher muss ich mir keine... Alter. Keine... Äh, Dings machen. Keine... Ähm, wie heißt das? Keine Sorgen. So, Nora überleben ist schwer. Pfeilbrecherin, Beschützerin. Das werde ich immer noch haben. Ich brauche immer noch ein Panzerwanderer-Herz. Oh. Ich dachte, ich brauche einen Panzerwanderer-Linse. Ups. Bullrücken-Herz. Okay, Rohstoffe. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Ich kann hier, glaube ich, viele Sachen verkaufen. Modifikation. Modifikation habe ich auch schon ganz viele von wieder, ne? Rohstoffe. Verkauf gegen Metallscherben. Verkauf gegen Metallscherben. Ui, Junge. Da geht gerade ein geranntes Video gerade hoch. Ja, nicht hoch, sondern an. Auf jeden Fall gerade völlig gerendert. Das ist super. So, zack. Zack. Äh, Verkauf gegen Metallscherben. Verkauf gegen Metallscherben. So. Ich gucke gerade mal, ob alles noch vernünftig läuft. Aber das dürfte ja eigentlich, das läuft ja alles über eine Capture-Karte und so. So. Ja, hier kriege ich noch viel Behind-the-Scenes mit. Ist man nicht wirklich Behind-the-Scenes, aber all... Warte mal, ich will hier erst die Sachen erkunden, bevor ich die Mission mache. Sturmvogel. Okay. Komm hier hin. Komm at me, Bro. Oh, was ist das denn? Gärteter Pfeil. Warte. Bäm. Oh, das hat mir gar nichts gemacht. Oh doch, irgendwas macht der. Ach ne, das ging nicht. Oh ne. Au. Ja, ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das wäre schon. Ja, ich sollte meine Waffen nicht benutzen. Alter, da greifen wir gerade noch diesen Vogel an. Holy shit. Warte mal, mein Feuer macht hier noch bestimmt Schaden. Dankeschön, dass du ausweist. Okay, Gesicht macht nichts. Oh nein, ich kann nicht ausweichen. Oh shit. Okay, ich geh mal eben hier runter. Hab ich mehr Freiheit. Natürlich krieg ich auch direkt eine reingewirkt von dem Viech. Oh ne. Ich glaub, das war gar nicht so schlau, den anzugreifen. Mein, au. Mein Trank nehmen. So, was dann jetzt? Was ich glaub, ich auch noch machen kann. Alter. Was denn das für eine Viecher? Alter. Die sind krass. Einen möchte ich aber erledigen. Einen möchte ich erledigen, diese Folge noch. Und dann will ich mir auch die Trampler angucken. Also, zwei Sachen will ich mir auch diese Folge angucken. Das werde ich auch noch machen. Einmal nur, um zu wissen, wie schwer es ist, gegen die zu kämpfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir... Warte mal, hab ich jetzt den Pfeil nicht? Äh, den Bogen nicht? Ich hab den Bogen nicht. Warte mal, ich möchte mir den Bogen kaufen. Da. Warte mal an diese Wänden. Zack. Oh ne, muss ich dann auch wieder alle verkaufen. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die auch bestimmt am Boden pinnen kann. Was bestimmt ganz gut ist. Aber das kann ich mir echt gut vorstellen. Schönen neuen Flügel jetzt. Das kann nämlich nicht mehr viel machen. Gerade, wenn sein Flügel und so fest ist. Ja. Du siehst, dass du nichts mehr da machen kannst, ne? Du fliehst du. Alter. Alter. Der haut sich immer wieder frei. Nein, glaub ich den. Ich will deinen Lobe treffen. Beziehungsweise seine Schwachstellen. Was sind seine Schwachstellen? Wer sind die Düsen? Seine Schwachstellen sind die Düsen. Oder das. Oh shit. Oh shit. Da werde ich jetzt wieder gehauen. Ja, das war so klar. Warum Hilfe? Okay, jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er runter. Au. Ja, genau. Erst mal ein Pferdchen rufen. Oder jetzt zu unten. Come at me, bro. Come at me, bro. Ich würde es mal so sagen. Holy shit. Moment. Mal einen Pfeil dagegen schießen. Okay, das bringt gar nichts. Muss er einen Lohn treffen. Alter. Das fiegt heute richtig rein. Also, das ist richtig brutal. Moment, voll dank sein. Oh nein. Okay, hier waren Steine zu mir. Willst du mich verarschen? Hier habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht dafür bereit bin. Komm hier hin. Komm hier hin. Jetzt habe ich seinen Lohn nicht getroffen. Okay, ich habe seinen Lohn noch getroffen. Ich habe keine Funktion mehr. Das ist natürlich jetzt super doof. Das wäre herzfeilen nämlich mal. Das ist gar nicht so easy. Alter. Oh nein. Oh nein. Ey. Was ist denn das? Was ist denn das? Wächter? Jetzt geh mal hier weg. Ja, genau. Okay. Ich kämpfe doch nicht gegen so einen Viech. Die sind nämlich super krass. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich erstmal was anderes. Dann hat sich das erstmal ausge... ...gekämpft. Alter. Alter. Oh, jetzt habe ich schnell gespeichert. Jetzt habe ich noch den Bogen, ne? Okay. Wenn ich jetzt ja sowieso hier bin... ...meintest du mal eben, dass ich die Rohstoffe verkaufe, die ich noch überhaupt hatte. Das einmal. Dann das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das auch noch. So. Und die beiden noch. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal zum Meridian. Oder versuche ich noch den hier. Komm, für diese Folge mache ich auch mal den hier. Level 15. Was sind die denn für Level? Oh, ich will mal gucken, was für eine Level-Charakteristik. Oder Level-Höhe war. 27. 27. Alles klar. Vielleicht kann ich dich deswegen nicht töten. Oh, der ist Level 15. Das ist ja easy. Sagt er. Und stirbt sowieso gleich wieder direkt. Das sieht aus, als wäre, wenn das genauso wäre wie ein Sägezahn. Nur halt ein Anlass. Ich glaube, man kann schalieren. Guten Tag. Schön auf die Hörner drauf. Oh, shit. Alter, ey. Okay, der kann Sachen versprühen. Beziehungsweise er ist doch explodiert. Okay, jetzt sind hier drei. Das ist doof. Das ist natürlich echt nicht so cool. Was jetzt drei von denen sind. Ich habe nicht gedacht, dass sie alle drei direkt aktiviert wären. Komm hier hin. Aber ich kriege natürlich easy hin. Weil ich eine Superjägerin bin. Ich nehme auch gerade mal die normalen Pfeile wieder. Komm hier hin, Bro. Hey. Nee, warte auf mich. Wo wollen die denn jetzt hin? Ich kann mal ganz kurz die Metallschirme aufsammeln. So lange die gerade weg sind. So viel sind das ja auch nicht. Na, das sind sie ja. Dann hast du wieder Bock auf mich bekommen. Nein. Der brennt. Ja, erstmal mein Tier rufen. Mein Reittier. Because why the fuck not. Alter. Alter. Okay. Okay. Die sind viel zu agil. Beziehungsweise die sind nicht viel zu agil. Und die sind super agil. Jetzt kommen wir hier hin. Das wird jetzt interessant, ne? Der hat jetzt wieder Bock auf mich. Der hat jetzt beide Bock auf mich. Holy shit. Hey, kommt hier hin. Komm hier hin. Jetzt komm doch hier hin. Sei nicht so scheu. Ich glaube, ich will gerade losstiefeln, ja? Komm schon. Oh nee, jetzt will der nicht. Das wird doof. Das wird doof. Komm hier hin, jetzt. Komm jetzt. Ja. Nein. Okay. Hat nichts gebracht. Okay, das hat mir auf jeden Fall Schaden gemacht. Also mal auf seinen Bauch schießen. Weil der brennt schon. Seine Höher sind noch gar nicht ab. Okay, gegen Feuer sind... Ich merke, ich merke gerade mal eben, die sind gegen Feuer. Brennen sind existent. Ja, wie spät gemerkt. Ich weiß. Und ich merke gerade, die greifen hier nicht an. Wenn man hinten drauf schießt, dann ist die auch resistent dagegen. Oh nein. Oh nein. Das ist doof. Oh. Ich habe den abwehren können. Beziehungsweise... Das vermeiden können. Dass ich sterbe. Okay, der ist tot. Würde ich mal ihm sagen. Hier geht ihr doch hin, oder? Kannst du dich besuchen? Ey, ihr Arsgeier. Hört auf. Natürlich, jetzt habe ich auch noch die auf mich aufmerksam gemacht. Ich bin ja super, bin ich. Ach, nö. Die haben mich gewarnt. Alle. Geh doch weg jetzt. Wir sind doch gerade einfach nur nervt, oder nicht? Jetzt muss ich mich auf zwei Sachen konzentrieren. Alter. Ach, nö. Der ist weg. Beziehungsweise, das ist erstmal weg. Das Eismodul. Scheiße. Könnte ich da nicht hin. Guten Tag. So, einer ist tot. So, der andere ist auch tot. Einer lebt noch. Naja, zwei leben noch. Ich habe ne... Achso, ich bin aufgestiegen. Level. Aua. Nein, Kitschentreffer, Kitschentreffer. Oh, der andere nervt mich jetzt. So. Einer lebt noch. Ach du. Ah, uns ist nicht. Au. Guck mal runter hier jetzt. Nein, die ist so feige. Komm schon. Komm, 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 komm. Eintreffer noch. Und ich sterbe gerade. Das ist gar nicht so leicht übrigens, mit dem Controller zu zielen, ne? Oh, ich hab ihn. Oh, mich verstützt er ab. Und er ist tot. Holy shit. Alter. Das sind ganz schön ab... Ganz schön abgefuckte Sachen. Aber das ist keine Medizin mehr. Mega gut. Aber nur, weil ich so Sachen bekämpfen wollte. Also, ich will einen von denen aber auch immer noch töten. Was auch immer der da gerade macht. Warte mal. Ich hör jemanden. Nein. Da kommen wir jetzt hier an. Ah ne, ich hab ihn gar nicht aufgestellt. Scheiße. Oh, hier steht ja schon einer. Da kommen wir hin jetzt. Moment. Habe ich zwar den einen umsonst verbraucht. Auch. Okay. Da geh ich jetzt nicht mehr nah ran. Aber ich weiß nicht, ob die explodieren. Oder wie die explodieren. In welcher Hinsicht. Komm hier hin. Okay, hier wollen die wohl nicht hin. Was ist denn, wenn ich den hier aktiviere? Auf den. Dankeschön. Oh, Junge. Das hat dem so ein bisschen Schaden gemacht, würde ich mal sagen. So, und der ist jetzt auch tot. Der verbrennt jetzt elendig. Boah, diese scheiß Maschinen. Alter. Weißt du, ich wollte einfach nur testen, ob man die vielleicht töten kann. Und was kommt dann? Genau. Kommt eine andere Maschine. Der zappelt immer noch ab. Ach, du Scheiße. Ich, what the fuck? Wollen wir ihn irgendwie aufhalten? Kannst du bitte aufhören damit? Also, lenkt mich ab. Alles klar. Ähm, dann würde ich mal sagen, ich gehe in einer anderen Folge zu Meridian. Ich will jetzt gerade mal im... Ist wie gerade Nacht. Ähm, ich will jetzt gerade mal im gucken, ob ich es irgendwie da oben Heilung kriegen kann. Das wäre ganz gut. Weil sonst wäre ich einfach ohne Heilung. Außer diese... Diesen einen. Doppelpot. Guck ich mal ein. Ob ich da irgendwas kriege. Beim Händler. Guten Tag, Händler. Fallen Tränke, genau. Gesundheitstränke. Nehmen wir ein paar mit. Auf in den Draht und Zünder kosten. Und Genesungstränke nämlich auch mit. Ich kann nur sechs von denen mitnehmen. Das könnte das sein, ja. So, was ich aber auch noch herstellen möchte. Habe ich jetzt eigentlich eine Quest zugebekommen? Nein. Herstellen. Munition. Ja. Ja, okay. Mache ich nochmal Munition schnell. Ähm. Beutel. Da. Tragekapazität. Frischgräten. Ja, Modifikationsbeutel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Trankbeutel, ja. Den kann ich nicht weitermachen. Oder will ich nicht weitermachen. Kann ich wohl. Will ich aber nicht. Den mache ich aber weiter. Den mache ich auch mal weiter. Ähm, weil hierfür brauche ich die Echo-Hülsen. Und davon 15. Und das sind verdammt viele. Nur damit ich ein paar Tränke mitnehmen kann. Okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Türen daumen hoch geben und so weiter und so fort. Alright, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.